Er schickt Raketen ins Weltall und lehrt der alteingesessenen Automobilbranche das Fürchten. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Dank der Kursgewinne der Tesla-Aktie war sein Vermögen zeitweise auf 188,5 Milliarden Dollar gestiegen. Schlappe 1,5 Milliarden über Amazon-Chef Jeff Bezos. Trotz noch relativ kleiner Gewinne hat Elon Musk Tesla zum wertvollsten Autokonzern der Welt gemacht. Teslas Aktie legte in den vergangenen zwölf Monaten um über 700 Prozent zu. Die beliebten Milliardärsrankings sind allerdings nur Schätzungen. Bleibt abzuwarten, wie die Kursrallye weitergeht.